ja löschen zusammen willkommen zurück bei ragnarok schön dass wieder mit dabei seid und wie gestern angekündigt werde ich mich jetzt heute um die blaue katze kümmern die ich irgendwo da hinten abgesetzt habe dafür nehme ich jetzt einfach mal die darts es geht wahrscheinlich schneller als mit den bedeutungs munition dann haben wir doch immer den vögel mit das ganze ein bisschen schneller hoffe ich zumindest erst mal gucken wo der vogel ist die katze die vogel eine blaue katze muss unbedingt muss sein das muss sein so ist sie denn da vorne strom herum sehr gut das haben wir mal gucken das hübsche vieh was das männchen oder weibchen ist wir haben glaube ich ein weibchen das dürfte vielleicht mädchen sein wo willst du hin das ging es daneben jawohl getroffen so muss das so in hintern gott ich hoffe ich hält das aus sieht schon ein bisschen blutig aus als wie das ist es nur an dem schuss kommen bitte schlaf ich möchte nicht meine ganze munition für die nase und ist es kann mich da gar nicht mal hoch scheiße egal ich möchte die ganze munition verballern jetzt für dich die wollte ich noch für was anderes benutzen du bist ja hartnäckig aha ich glaube es geht los ja madame ist auf der flucht ok wunderbar so tun mir den gefallen und schlaf hier nicht im wasser ein das darf nicht wahr sein so du bist ja gut er ist friedlich nein shit ich konnte nicht schießen kommst du her zu fuß eine katze verfolgen ist ja auch geil ja gott sei dank ja ich hab kein fleisch läuft immer wieder super ja geil vogel level ab sehr schön so als er jetzt noch schnell kontrollieren und wenn ich es läuft gerade aber ich glaube es sieht gut aus ist sogar ein weibchen und ich glaube wir haben schon ein weibchen sauerstoff sauerstoff gibt es läuft nicht was gebe ich dir denn 10.000 leben ausdauer na komm schaden tausend oh ja 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 kommt noch ein bisschen leben so jetzt brauche ich prime meat ganz viel prime meat das mikro wird ein bisschen hingeschoben da fällt mir gerade ein tschuldigung es tut mir leid wenn das hier ab und zu mal übersteuert gerade wenn ich lache oder mal panisch oder irgendwas mache das liegt aber daran dass das mikro so naja gar nicht mal so gut ist das hat zwar einen ordentlichen sound aber dafür muss ich es mal fast ins maul stecken und von mich überhaupt hört ja also nicht wundern wenn es ein bisschen übersteuert manchmal oder übertönt oh hallo saurier ja wunderbar das alphatier möchte ich mal nicht töten hey 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 nicht alle auf einmal oh nein 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 okay weiter mal ich mache das mal anders bevor ich jetzt mal safte bevor ich mal gucke level 90 geht das alphatier möchte tatsächlich nicht töten das alphatier möchte ich nicht töten ich glaube das würde ich sogar noch direkt zähmen dann noch level 90 ist ja eigentlich ganz akzeptabel aber jetzt fliegen wir erstmal zurück zum unserer katze so schnell kann es gehen da hast du eigentlich ganz was anderes vorne und plötzlich ohne blaue mietze katze die musik zähmen und schon ist die baustelle wieder in vergessen geraten passiert halt oder ludrop da habe ich auch schon fast vergessen meine güte gott aber erst katze dann luther landest du auch mal packnase gibt mir das fleisch fleisch so rein ins im metat hat direkt gefressen wunderbar geil auch hier gar nicht so lange die ist also gleich fertig so gucken wir mal was hat schön ist drin ist galilien muss hat und hose auch nicht schlecht ich glaube habe ich schon mittlerweile eine bessere metallhose gefunden hoppla auch dies ist echt hübsch soll die hat dann level 149 ist eigentlich ganz okay könnte natürlich besser sein aber man fähig fand finde ich schon mal wieder eine blaue katze sabbatruf ein stückchen trinken gibt durst ich bin mir gerade nicht sicher aber ich glaube unsere erste katze ist auch ein weibchen natürlich nicht so praktisch ja ich glaube nicht dass ich noch mal eine prime mit nach besorgen muss ich glaube es reicht es müsste eigentlich reichen locker der vogel hat genug fleisch guck mal an das auch wenn ich bitten darf so entschuldigung zwar ist gerade völlig abgelenkt soll ich stellen wir gleich mal auf zumindest mal neutral doch damit bringen wir nicht schnell nach hause muss die flink geil blaue mietze katze sehr schön da kommst du bist du da ja du bist da hoppla so jetzt mal sehen hier ich bin mal gespannt dass das andere auch ein männchen weibchen oder es ist ein männchen ich habe sogar noch zweiten sattel fährt ein sagt mir jetzt bitte du bist ein männchen natürlich nicht kommst du alles gut ja gut wir bleiben weiter sitzen du kriegst es mal den besseren sattel du kriegst den gefährten sattel ich hänge fest alles klar hübsch blau mietz mietz geil die muss ich ordentlich läppeln kommt man in dem licht kann man die farbe gar nicht erkennen geht er mal gar nicht so mal andersrum oder mal da vorne ich glaube da ist irgendwie heller wieso auch immer das gute gute stück auch mal besser begutachten können ja tatsächlich ist sieht er richtig schick aus wahnsinn richtig cool keine blaue mietze katze sehr schön so so packe ich dich jetzt irgendwie natürlich hier bei deinem werde mal kommt wir haben da hinten ist eben kein pferd drin außer plätze dann können wir auch genauso gut katzen hier auch einstellen was soll es brauchen noch nicht viel platz die kleinen viecher guck mal steht doch ganz gut hier hol ich die andere auch direkt das erklärt natürlich einiges aus hallo hat wollten wegen den pfosten hier jetzt plötzlich stehst im weg machen also da er noch nicht so hysterisch herum das wollen wir auch ein mädchen ein heile will menschen wäre es nicht schlecht sagt mit mit sehr schön plötzer kriegt leben natürlich so wo waren wir stehen geblieben genau bieber dämme das da waren wir stehen geblieben apropos bieber dämme sehr hervorragende idee wenn ich meine wenn ich schon da bin dann nehme ich natürlich noch ein high level bieber mit den ich auch 10 kann hehehe ok 10 gehege wäre wirklich praktisch und 9 griffen brauche ich ja auch noch so erstmal aufs kärtelig gucken ähm ja ja passt schon oder bin ich überhaupt richtig ich weiß es gerade echt nicht wir werden es schon finden soweit war das gar nicht weg glaube ich zumindest äh äh ich werde jetzt mal kurz hier eine zwischenlandung machen ja eine blitzviewe wollte ich mir auch noch besorgen mal so viel zu tun so viel zu tun ist unglaublich ja jetzt fliegen wir hier einfach mal übers schneebium ich glaube das ist schneller oh new tyrannus faultiere oh geil megaterium eine schneebasis wäre auch schön aber wo in dem gewurschtel hier meine güte was hier sind was hier alles los hier kreuchts und fleuchts so jetzt müssen wir eigentlich ja schon da sein ne waren ja nicht irgendwo die bieber dämme ne noch ein stückchen weiter glaube ich oder nanu was denn da da hat es bieber ganz viele sogar wow ah vorsicht felsen tollpatsch da ist ein terrizino oh okay warte mal da helfe ich mal schnell erstmal land oh alles klar hat sich erledigt so wo ist denn hier der bieberdamm da hinter mir ich habe ja gar keinen getroffen ne warte mal ich nicht kommen das hat gar keinen wert ich suche die großen bieberdämme die müssten ja nicht auch in der nähe sein hoch ich glaube hier ja genau da da muss es sein da müssten sie sein oder da oben unten oben oben unten ne so nah am vulkan war das nicht das muss hier gewesen sein ja genau hier sind wir richtig das sieht gut aus das ist eigentlich auch noch eine recht schöne location zum basis aufbauen hier da ist alles so oder hier das ist auch nicht schlecht wo sind wir denn hier genau toll das ist auch nicht wirklich das zentrum aber hier ist es doch recht hübsch so da ist ein karneau so wie mache ich das jetzt am dümmsten oh terrorvögelchen terrorvögelchen da kommt mal ran hier so so wie weit kann ich mit dir ins wasser latschen naja du bist ja groß ne ich stelle dich nicht so an Inventar öffnen sie sieht zum perl nehmen wir natürlich auch gleich mit wieso nicht so und jetzt geht's los jetzt geht's los so jetzt gucken wir mal hier einen schönen bieber rauskriegen 55 145 gott wuselt doch mal nicht so rum hier ich kann mich gar nicht erkennen ich weiß gar nicht wer hier wer ist was bist du denn du bist 145 er ist gar nicht übel das ist menschen weibchen sieht sogar hübsch aus hoch okay das heißt ich muss jetzt aufpassen äh ne so okay weibchen kommt weibchen kommt aber die halten aber ganz schön viel aus okay das war eine schlechte idee ich dachte eigentlich geht das weibchen lebt noch immerhin das weibchen lebt noch na lande lande du willst du jetzt oh ne 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 noch ein bisschen mehr so alles besser giant bieber damm so immer das ganze zeichel rauskrabbeln naja ha 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 kann ich überladen nö so du kasro doris doris da gibt es noch nicht mehr bieber damme irgendwo bleibt noch mehr so ist jetzt die bieber dame naja wie sie das oh ne ist eigentlich schade diese armen nager zu töten ach du scheiße was ist jetzt los so das ist gar nicht so einfach wie ich was ich aus dem brusel ist die richtige raus zu pflücken ich glaube das ist sie sogar schon hat ja gut funktioniert so ich glaube das müsste erstmal reichen an 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 ja ihr wisst schon wer ist das ähm komm sag schon zement genau zement da ist aber auch fliege jetzt überhaupt hinten jetzt war ich richtig ah ja da oh hallo was für ein level hast du 5 hast du mal auf ihren fuß zu beißen 95 das sieht auch recht gut aus verdammt ich brauche unbedingt einen griffen wieder dann können wir uns den auch holen ja dann können wir uns den Ketzlar nämlich auch schnappen aber erstmal brauche ich wieder einen griffen am besten diesmal ein high level aber ich glaube die high level griffen sie fressen ganz schön viele Pfeile beziehungsweise Darts deswegen ist es nicht schlecht wenn ich mir noch ein paar vorher mache ja zwei jetzt sind wir gleich da 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 oh Gott ich hoffe das ist auch die richtige liebe Dame hier kann das jetzt leider nicht erkennen No way Ich sehe nix Oh, das ist auch eine Höhle Ah, Mann Ich muss hier aber um mich mal die Gegend besser erkunden So, jetzt fliegen wir erstmal wieder da runter Schmeißen den Bibel da unten in die Schlucht ab In der Schlucht ab Nein, ich Am besten irgendwo hier so, wo es nicht ganz so nah am Wasser ist Ciao Das wuselt der mich natürlich hinterher War ja klar Warte mal Was mache ich denn? Ich muss ja gar nicht So Komm, Riesenvieh, lande mal Jetzt werde ich einfach mal die Tatsächlich die Darts hier benutzen Um den Biber zu zählen Wo ist er denn? Bist du die Richtige? Bist du die Auserwählte? Natürlich Läuft So Zählen wir das Biberchen mal nach So viel Zeit muss es noch sein Beziehungsweise ich werde die Folge sowieso beenden Wahrscheinlich bevor der Biber überhaupt eingeschlafen ist Vielleicht mache ich auch wieder einen Hardcut Mal sehen Äh Du wirst doch wohl nicht schon davonlaufen, oder? Du verscheißt das mich doch Na toll Habe ich jetzt getroffen oder nicht? Oh, ein roter Nuddrop Oh, den muss ich mir gleich auch angucken Äh Biberchen Kann doch nicht weg Ich hab's gewusst Du verarschst mich Ich hab's gewusst Beziehungsweise ich hab's geahnt Dass sie mich veräppelt Hä Wo ist denn jetzt hin? Ach da Er hält mich zum Narren Kommst du hier nicht hoch? So, was macht der Lutschop? Oder hängt da noch Alles klar Mann, wieso Stellt ihr euch immer so an Es wäre viel einfacher Wenn ihr einfach freiwillig zähmen lassen würdet Jawohl Der hat noch gesessen Oh, oh Bin ich untergefallen Jawohl Komm, jetzt gehen wir hier einfach Hinterher Ich schläft bald Du verarschst mich doch Was soll das denn jetzt? Lauf Danke Wegstecken Wegstecken Steck wecken Uh Du bist echt hartnäckig Fräulein Schläfst du jetzt vielleicht mal? Warum rennt ihr immer weg Wenn ihr nicht an mich rankommt? Jetzt sehe ich schon Ich brauche die ganzen Darts Und allein für den Den kleinen Biber hier Hör doch mal auf Hier rum zu rennen Oh So nicht So nicht Madame So, geht doch Wo ist mein Drache? Ich müsste es mir immer beilen Und wie schnell fliegt die Torper? Oh, 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 oh Bisschen schneller als erwartet Okay Okay, 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 okay Ist aber flink So, scheiß mal auf den Lootrop Ich habe ja gerade einen Haufen Darts Dafür verbraucht Den Biber zu betäuben Jetzt besorge ich erstmal Narkotics Und dann zu fressen So Was frisst denn der Biber? Gemüse und so ein Gelumpen So, dann haben wir noch gleich mal hier Mais Und ein Möhrchen Vielleicht noch ein bisschen Zitrone Oder einfach mal alles Vegetables essen sie gerne Soweit ich weiß Hier, komm Scheiß auf die Tür Lass mal es auf Ist warm genug Was war das jetzt? Hat sich gerade ein Dilo Mit meinem Drachen angelegt? Ich glaube es ja nicht Zuck, zuck So Hop Na komm, jetzt machen wir mal hin Hier Was sind wir mit dem Vogeln Vor der Biber wieder aufwacht Mit mir Also Schreie Was ist hier Biber wieder aufwacht Ich gehe mal hin